Was ist das Unternehmen I? Auf chinesisch Xiaoyi. Dieses Unternehmen ist spezialisiert auf intelligente Kameras und entsprechende Anwendungen. Jetzt gehen wir zur Firma I, Xiaoyi auf chinesisch. Diese Firma macht Kameras, aber intelligente Kameras und vor allem macht die Software für diese Kameras. Diese Kameras können alles Mögliche selber sehen, analysieren und die haben eine ganz tolle Datenanalyse dabei. Wir schauen uns das an, lassen es uns erklären. Es ist eine hochinteressante Firma. Seit sechs Jahren heute haben die ihr sechsjähriges Jubiläum und die sind in sechs Jahren ziemlich groß gewachsen, haben in Amerika und in China ein schönes Geschäft und wollen auch nach Europa kommen. Suchen auch Partner in Europa. Kann interessant werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.